Musik Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu meiner aktuellen Ausgabe von Lazy Lightroom. Der kleinen Show, in der ich die Bilder mit euch gemeinsam bearbeite, die ich dann noch in der Nacht zu Instagram hochlade. Das Drama hat seinen Lauf genommen. Ich hatte gestern darüber berichtet, dass ich dummerweise falsche Texts vergeben hatte, was ich euch ja ausdrücklich nicht empfehlen konnte. Und ich hoffe, dass ich den, naja, nennen wir es mal freien Fall, Verlust von 10 Followern, 15 insgesamt in kurzer Zeit zumindest einigermaßen habe bremsen können. Das heißt, wir müssen gut nachlegen. Ich muss heute ein gutes Bild raussuchen. Und dazu wollen wir dann auch gleich mal kommen. Das ist das Bild, das ich gestern bearbeitet habe. Auch sehr gut angekommen, obwohl es ja gar nicht so spektakulär ist. Aber eben hübsch anzuschauen. Und da machen wir uns nichts vor. Das ist tatsächlich bei Instagram relativ wichtig. Es müssen schon Bilder sein, die aufgrund ihres Inhalts oder ihrer Farbigkeit hervorstechen. Ich meine, in diesem Meer von Fotografie müssen tatsächlich die Bilder und die Auswahl schon auch in dieser Richtung stimmen. Und machen wir uns da auch nichts vor. Ich habe mit einigen Bildern, bin ich letztens schon auch angeeckt bei einer Bekannten meinerseits, die es vielleicht nicht ganz so prickelnd fand, dass ich eben auch relativ viele Fotos von jüngeren Frauen fotografiere. Aber erstmal ist das ein Thema vielleicht auch mal für eine Aufregerfolge, von der ich gerade einige ja produziere. Und abgesehen davon steckt ja ein Anteil von Wahrheit auch drin. Denn, ich sage mal, schöne Menschen im langläufig schönen Sinne und insbesondere da eben auch Frauen sind definitiv immer noch Anreiz zu klicken und hinzuschauen. Das ist die Wahrheit. Deswegen veröffentliche ich da jetzt relativ viele von den Fotos. Warum ich sie fotografiere, hat allerdings tatsächlich gänzlich andere Gründe. Und deswegen muss ich da Teilrecht geben. Aber was eben die Hauptsache angeht, dazu vielleicht später an anderer Stelle einmal mehr. Denn dazu habe ich eine sehr lange gebildete und ausführliche Meinung. So, vielleicht fangen wir mal ganz kurz damit an, dass ich euch zeige. Mir fiel nämlich gestern während des Bearbeiten zu auf. Es gibt natürlich auch mehrere andere Fotos, die diesem hier jetzt, was das Licht anging, sehr, sehr ähnlich waren. Und das sind hier in dieser Reihe tatsächlich die drei, die da nebeneinander liegen. Und dazu, oder vier, da ist noch eins daneben, dazu bietet Lightroom natürlich wunderbar die Möglichkeit, die Einstellung des ersten Bildes auch auf die anderen zu übertragen. Zumindest schon mal die Grundeinstellung. Ich würde bei jedem Bild, gerade vor der Veröffentlichung, auch nochmal drüber schauen. Aber wir markieren einfach mal die folgenden Bilder an, machen das Bild, das gestern die Rolle gespielt hat zum Masterfoto und gehen hier mal im Bibliotheksmodul auf Einstellungen synchronisieren. Was wir jetzt nicht synchronisieren können und wollen, sind natürlich alle Dinge, die auf dem Originalbild unverwechselbar sind. Also wenn ich Bereiche aufgehellt habe, die sich auf den anderen Fotos schlicht an anderer Stelle befinden, dann ist das ja insofern nicht so gut. Also wollen wir erstmal sowas wie Freistellen entfernen. Ganz, ganz wichtig. Und lokale Anpassungen komplett, sowohl Pinsel als auch Verlaufs- und Radialfilter. Und mal eben durchschauen, transformieren. Die Bereichsreparatur da oben rechts. Also dieses Menü ist wirklich die Pest, denn es entspricht in keiner Form der Anordnung, wie wir sie im eigentlichen Programm wiederfinden. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich bei diesem Schwachsinn gedacht haben. Wir haben hier lokale Anpassungen und die Bereichsreparatur ist eine der lokalen Anpassungen. Warum die da oben rechts steht, die lokalen Anpassungen hier, warum die lokalen Anpassungen überhaupt an dieser Stelle stehen und nicht ganz weit oben, denn sie befinden sich auch im Menü ganz weit oben, das wird definitiv ein Rätsel bleiben, das wir heute nicht mehr lösen können. So, ich glaube, ich habe alles angemarkert, jetzt synchronisieren wir und jetzt werden die Bilder entsprechend umgerechnet. Bei dem oberen hat es definitiv nicht so gut geklappt. Also die drei, die gehen schon mal durch, das sehen wir hier schon in der kleinen Vorschau. Das ist schon sehr hübsch, die kann man dann auch bald mit wenig Bearbeitung nehmen. Bei diesem ist es sehr ins Blau gerutscht, aber das kann ich jetzt auch auf die Entfernung schon sehen und da können wir auch in der Ad-Hoc-Entwicklung einfach ein wenig wärmere Temperatur draufgeben. Ich gebe mal so eine Blende, das passt jetzt vom Wortbegriff nicht. Da können wir noch eine ganze draufgeben. Oh, jetzt mein Fehler, mein Fehler, jetzt müssen die natürlich erstmal nur noch das Bild markieren und zwei Blenden Temperatur, ein bisschen weniger. So vielleicht, so vielleicht, der Rechner rechnet, schwitzt, schwitzende Rechner. So, und ich glaube, jetzt haben wir zumindest hier so in der Übersicht, und die ist ja, kann ich auch mal etwas größer stellen, können wir schon mal grundsätzlich sagen, dass diese Bilder, die ja unter ähnlichen Bedingungen entstanden sind, jetzt hier nochmal größer gemacht, jetzt auf jeden Fall eine angenehme Ähnlichkeit haben, sodass da die weitere Bearbeitung, wenn ich die an einem anderen Tag vornehmen werde, auf jeden Fall leichter ausfallen wird, einfacher geht. So, dann will ich doch mal schauen. Das Modell hatten wir gestern schon. Dann könnte ich nochmal zu Theaterfotos gehen. Die kommen ja auch immer sehr gut an, weil sie auch immer sehr knallig sind. Jetzt haben wir aber mitten in der Woche, und auch das ist so ein Tipp, spart euch die fetten Geschütze vielleicht fürs Wochenende, denn auch bei Instagram ist die Besucherzahl derer, die da schauen und klicken und liken und was so notwendig ist, auch immer unterschiedlich. Also wenn ihr jetzt so ein Knallerfoto habt, wie, das sage ich mal, es ist einfach ein Knallerfoto, denn so ist das schon aus der Kamera gekommen, wie dieses Kreuz, das da in den Kohlen erhitzt wird, ein Foto, das zur Osterzeit in einer Kirche gemacht wurde, die da ein Stahlkreuz eben quasi zum Glühen gebracht hat, was eine Riesenaktion war und ganz großartig anzuschauen. Sowas ist jetzt vielleicht nichts für den kleinen Upload zwischendurch. Das würde ich mir dann sparen. Nehmen wir vielleicht mal ein einfacheres Theaterfoto. Dann haben wir hier dieses mit den beiden Herren. Das ist ganz schön, weil es da tatsächlich auf der Bühne gerechnet hat. Ihr seht wieder meine Art zu fotografieren. Da ein wenig schräg, um eben auch dem einfachen Bild, wie die beiden da stehen, auch der Dramatik der Szene, eben dieses einsetzenden Regens, da noch so ein bisschen Tribut zu zollen und das Ganze nochmal etwas zu heben. Da ist, glaube ich, gar nicht so unendlich viel dran zu tun. Wir schauen mal eben, welche ISO das hat. Das ist gar nicht so viel wie sonst. Also 1600 haben da gereicht, war auch wieder auf großer Bühne. Das ist übrigens der Michael Witte und der Klaus Zwick, den wir da sehen, auch beides ganz hervorragende Schauspieler. Oh, na, 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 kommt schon. Und jetzt aber groß. So, und jetzt gehen wir gleich mal ins Entwickeln-Modul und schauen mal, was wir da machen können. Das erste wäre vielleicht, wenn mein Rechner gerechnet hat. Ich muss sagen, die Bilder liegen hier auch auf einem Server, den ich im Nebenraum stehen habe und dann dauert das immer ein klein wenig mit dem Nachladen der Bilder. Und, ja, ich glaube mal ganz grob, es ist ein kleines bisschen hell, denn hier an den Kanten reißt die Farbe schon sehr aus. Also wir können es einen ganz kleinen Tutsch dunkler machen, ohne dass wir da Bildwirkung verlieren. Dafür den Kontrast etwas erhöhen. Dann gehen natürlich die Regentropfen etwas verloren, zumindest die im unteren Bereich. Wir sehen den Regen ja bis unten durchprasseln. Die sehen wir dann eben nicht mehr ganz so stark. Aber was sollt, wie man hier im Rohrgebiet sagt, was sollt. Und so viel Regen ist ja auch nicht gesund. Und dann würde ich jetzt mal was probieren. Da bin ich selber gespannt drauf. Es gibt ja diesen neuen Effekt Dunst entfernen. Und Dunst entfernen ist wirklich ganz faszinierend. Wenn es wirklich Nebel gibt, wird der rausgerechnet. Ich versuche den mal bei diesem Regen, ob der zu einer schönen Verstärkung führt. Ja, ein wenig. Ich nehme es mal raus. Das wäre Dunst hinzufügen, wenn man so will. Leicht Dunst entfernen macht es, glaube ich, schon noch schöner. Dann ist das Bild sehr kühl. Es ist eigentlich korrekt kühl, muss man sagen. Also da hat die Kamera sich nicht groß vertan. Aber vielleicht kann es trotz des Regens noch einen Ticken Wärme gebrauchen. Wir sehen, die Wärme sieht man dann auch vor allen Dingen in der Hautfarbe und nicht so sehr in der Umgebung, weil die eben eh sehr blau war. Und was ich sehr selten tue, ich würde mal damit spielen, die Dynamik, also die Farbigkeit, nicht die Sättigung, sondern die Farbigkeit ein wenig zu erhöhen. Dann wird die Arbeitshose links zumindest auch noch mal etwas knalliger. So weit, so gut. Jetzt schauen wir noch, ob wir an den Schatten noch was tun können. Da verschwindet mir der Regen zu sehr, die Schwarzbeschneidung. Ja, ihr merkt, ich bin mit der Knalligkeit noch nicht ganz so einverstanden. Sonst würde ich hier nicht immer noch rum experimentieren. So. Ja, und vielleicht, das ist jetzt aber nur ein Versuch, dass wir den Regen hier mit großem Werkzeug ausgewählt, einmal versuchen, auszuwählen. Dann auch noch in die Lücke. Mal schauen, ob es gelungen ist. Ah, sehr schön. Also dieses neue Tool, das tatsächlich so automatisch maskiert, das funktioniert selbst bei solchen kruden Motiven erstaunlich gut. Und für den Einsatzsekt, den wir jetzt haben, wo es ja auch nicht auf eine Nahbetrachtung ankommt oder ein Plakat, ein riesiges Plakat, bin ich da doch wirklich sehr fasziniert. So, ich mache das mal einmal etwas größer. Dann seht ihr den Regen vielleicht auch etwas besser. So. Und jetzt versuchen wir, was den Regen angeht, die Klarheit noch etwas zu erhöhen. Ja, deutlich besser und auch die Belichtung leicht anzupassen. Ja, ich glaube, jetzt sieht man sie sogar im Video ganz gut. Hier sieht man es auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Und ich mache das Bild noch mal für mich etwas kleiner. Ja, so gefällt mir das sehr, sehr gut. Aber selbst hier würde ich jetzt mal versuchen, eine ganz leichte Vignette drauf zu geben. So. Und dann gefällt mir das Bild sehr, sehr gut. Ich weiß ja, Eigenlob stinkt und hier Staubs und was man so alles sagt. Aber mir gefällt es halt. Und das ist tatsächlich, ich bin kein eingebildeter Mensch, aber mir gefällt schon meistens, was ich mache. Und ich glaube, das darf man auch mal sagen. So, jetzt schauen wir noch mal im Vergleich beim Import. sah es so aus, relativ hell. Für euch auf dem Video vielleicht schöner. Aber hier einfach nur noch matschig und nochmal im Vergleich jetzt etwas drastischer. Nochmal habe ich gestern schon gesagt, auf dem Video, ich habe es selber gesehen, wirkt das, was ich hier mache, immer leicht übertrieben. Aber das ist tatsächlich ein Problem des Videos, das eben die Farben nochmal verstärkt beziehungsweise anders wiedergibt. Das sieht hier auf dem Monitor und auch nachher bei Instagram anders aus. Schaut da doch mal rein. Schaut doch bei Instagram rein. Das werde ich gleich hochladen. Wie komme ich denn jetzt wieder in den anderen Modus? Machen wir es doch so. Machen wir es so. Und schaut doch bei Instagram rein. Ihr findet mich da unter meinem Namen, meinem Fotografen-Namen, wenn man so will. axelj.scherer ist das. Ihr sucht dort aber nach axel-j-scherer. Weil Punkte kann man da in Namen nicht verwenden. Also axel-j-scherer. Da findet ihr meinen Instagram-Account. Addet mich da. Schaut einfach nach, was ich da so treibe. Kommentiert gerne auch die Bilder. Kommentiert auch gerne unter diesem Video, das ich ja nachher dann auch veröffentlicht hochladen werde. Jetzt gerade immer noch live. Dann aber noch hochgeladen. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ob ich das jeden Abend schaffe, hier zu sitzen, weiß ich nicht. Aber ich werde mir immer Zeit nehmen, wenn irgendwie möglich, und wieder ein Bild bearbeiten. Schickt mir für die Hauptsendung, die auf jeden Fall Freitagabend gesendet ist. Dann etwas länger geht, in der ich Bilder bespreche, die ihr mir geschickt habt. Schickt mir da neue Fotos, frische Reihen, frische Fotos, dass ich da auch etwas zu besprechen habe. Ich verspreche, dass ich nicht zu kritisch bin, sondern immer konstruktiv und immer auch das Gute sehe. Also auch Fotoanfänger können gerne was schicken, aber auch sehr, sehr gerne Fotoprofis, die einfach mal einen anderen Blick auf ihre Arbeiten haben wollen. Schreibt mir so ein bisschen dazu, was ihr geschickt habt, wie das vielleicht entstanden ist. Davon lasse ich mich nicht zu sehr leiten, aber es ist manchmal ganz gut, das zu wissen. Und ja, ich denke, dass wir uns dann wiedersehen. Bitte, wie immer, vergesst nicht den Abo-Button zu drücken und wenn ihr die Live-Sachen sehen wollt, also so wie heute Abend, dann auch das kleine Glöckchen, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich online bin und wenn ihr einschalten könnt. Und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Nacht, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.